so damit herzlich willkommen zu neuen video heute verhandelt freddy's und zwar die dritte nacht let's do this aber den kanal aktiviert locker dass ihr und schreibt einen kommentar und da mal um nicht vergessen ja direkter foxy jemand okay als sie sie ja das ganz locker so ja und 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 black alter gg scheiße schicker vor der tür alter ja dritten nachbeziehung bewegt auch schicker alter ich habe keine pfz der fahrer wurde bleibt ja keine wälder nachwächter ja es gibt ein secret man kann auf die nase drücken verpiesel dich ich kann die tür nicht mehr aufmachen real talk ernsthaft e man ja die körper bleibt im gang stehen herzlichen glückwunsch ich bin so weit von tod jetzt schon mal sagen dass ich ja weil jetzt um die foxicam zu schwitschen nicht idiot ja bleibt einfach so frei im gang stehen okay scheiße Das war mein Lieber hier und so, bevor ich Foksi nahe auf da. So. Oh, 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 oh. ja ja wer ist das? Das ist eine Chica. Tutu! Chica ist in den Eingang zurückgegangen, okay. Checken. Woher sie hingehen? Ich kann sagen. Klo empfällig. Bring mir selber um, ey. Freis Lacher, oh nein. Ist Freddy jetzt schon aktiv? Also bin ich von der Sprechen, weil ich heiße Freddy Fazepa. Ruf das Gott. Bin ich schon aktiv? What the fuck? Weil ja meine Lache gehört. Junge. Ich glaube, wer jetzt safe halten die Einer drin nach, ey. Ja, Mist. Weil ich so... nicht spinn. Ja. Bring mir selber um. Die ganzen... Zeit die... Beine drücken. ... 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 es kann man auch mal drin sein ja let's play jungen da kam es dort nur heiligen cool so das war es schon von der dritten nacht übernommen raus frio ciao